So, wie gesagt, wir starten aus dem Grätstand. Die Auflagenposition ist gleich wie eben. Gleichschenkling ist 3. Füße strecken, die Beine sind ganz gestreckt. Der Hintern wieder über die Aufsatzposition. Die Beine seitlich führen. Wenn sie seitlich sind, werden sie gestreckt. Gucken wir oben die Festigkeit der Beine. Lassen wir es stehen, alleine. Kann noch ein bisschen stehen. Richte dich gerade. Okay, das sind die 3 Sekunden. Und jetzt wieder genauso gefilts runter. Abdrücken mit dem Arm. Fertig. Und wieder in den Grätstand reindrücken.